Hey, willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns, wie man schon sehen kann, von Lego Architecture in Trafalgar Square, ja in London. Wer es nicht weiß, wusste, jetzt weiß er es. Es hat die Setnummer, ups, sorry, 21045. Es ist ab 12 plus und teilemäßig sind wir bei knapp über 1000 Euro, ich check es gerade mal kurz. Und preistechnisch startet es bei Lego ja für 80 Euro, aber liegt ja mittlerweile schon deutlich drunter. Warum finde ich das gerade nicht? Hallo, ja. Ja, also es kostete nach Lego 80 Euro für 1197 Teile. Die ist nicht groß, das sind ja alles kleinste. Da sehe ich mal hier, ein Mines, Plates und Round-Dinger, ne, das sind auch Plates, die sich durchziehen, das ist alles kleinste, das kennen wir ja bei Architecture. Ja, aber man kriegt es mal weiter zum Beispiel auf Amazon für 53 Euro, Smith Toys auch, My Toys 54. Also man kriegt das schon für einen so guten Preis und ich würde sagen, für 50 Euro ist es okay in der Lego Welt. Ja, damit sind wir bei 34% Rabatt, ja, damit macht der Shop kein Gewinn mehr, gut, das ist ein Problem, was generell bei Lego Sets ist. Ich habe es bei Amazon gekauft, man sieht es hier, die Box ist im, ach, na so, es geht, ne, hier ist ein Ecke, da ist es, da, wenn ich Amazon gedacht habe, wir verschicken das in einer Tüte, die einfach mit Polsterfolie war. Ja, man kennt es. Gut, war auch kein Prime-Tüte, aber trotzdem Prime-Tüte, also ich weiß auch nicht, was da ist, aber nicht schlimm. Ähm, ja, jetzt das Design, wenn du es jetzt dann, ah, jetzt, da habe ich nicht mitbekommen, was weiß ich da war. Ah gut, ähm, jetzt gucken wir mal hier, hier wieder bla 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 bla, ganz viel von Lego. Äh, hier ist ein Buch drin, krasser Shit. Nix, ein 1x1 Vergleich für Sets da. Die Kamera ist so scheiße, das ist eigentlich hell, aber sicher nicht. Immer so eine schöne Schematik, die gefällt mir immer. Hier mal ein Originalbilder davon, man könnte es jetzt abnehmen, krasser Shit, da war ich nicht drin, also weiß ich nicht, ob das da wirklich schon drin ist, aber wird ja wohl sein. So dummes Leben auch nicht, mein Tisch ist hier wieder sehr sauber. Ähm, hier mal ein Schild von oben, die finde ich ganz cool. So das Bild, so ein bisschen schräg von oben. Und die Abmaße. 24x, 21x, 20x hier. Nicht sehr groß, äh, aber ja, professionelles Unboxingmesser, eine halbe Schäden. Man muss aber einenseits. Man muss kreativ sein, so. Ja, ich habe hier ein Junior Bild, wie gesagt, kommen uns auch schon die, äh, ich sehe schon die Grauen. Nicht, weil, warum ist da ein Lime-Ding drin? Die Tüße zu Leit haben wir hier. Wow, krass. Die Dampfleischung kurz hier aus. Ui. Bin ich im Zoom? Nein. Alles klar. Oh, das Buckel, oh so, oh, kann man Buckel, ne, da haben sie recht. Ich finde, mag die Aki-Leckler-Boxen, die ist ein bisschen hochwertig, meine ich wirklich, meine ich-Boxen und ja, ja, viel mehr wegspannen kann man nicht. So verbaut man diese Plate. Also die einfach unten reingelegt. Okay, Anleitung, die wir mal kurz beiseite, die von rechts, Tüte 1, wo ich mich auch festgehe, nochmal Tüte 1, haben wir hier 3 und 4 Rauschecker. Und unsere Miner Plate, äh, ja, hier kommen wir nochmal gucken, hier, Tüte 1, 2 große, 2, eine kleine und eine große, 3, eine große und 2 kleine und 4, nochmal große und 2 kleine. Und mir ist mein Stromkaufel, also meine Kamera ausgesorgt. Das fixen wir lieber, weil der Akku zieht mich los. Hey, doch, ist der guter Anschluss. Ähm, kommen wir mal zum Buckel, das ist ein Schinken. Äh, das ist ein Schinken. Äh, Teilliste sieht auf der Seite ja ziemlich entspannt aus. Ich habe jetzt nichts, was stört. Ja, hier ein bisschen rot und der eine. Warum? Der hat doch keinen Grund, man sieht ja, man verpaunen die den. Na, wenn wir rausfinden, die Lego Light Erwerbung, naja, ja. Und dann nochmal die Architektur Reihe. Ähm, hol ich mir nicht. Hier bin ich mir dabei, jetzt zu legen, ist ja jetzt vom Markt gegangen, schon vor der Zeit. Überlegt mir, ich nehme das Anfang, äh, Mitte Januar auf. Also, Lego kommt erst ein bisschen weiter. Da überlege ich mir aber noch, das zu holen. Vielleicht auch auf Ebay für ein bisschen günstiger. Oder, äh, hier, habe ich ja schon vorgestellt, die auf dem Kanal, habe ich aber nicht vorgestellt auf dem Kanal. Genau so, die habe ich vorgestellt auf dem Kanal, habe ich auch vorgestellt auf dem Kanal, habe ich aber nicht auf dem Markt gehabt. Daher, warum erzähl ich das eigentlich? Architektur ist eigentlich eine coole Reihe, deswegen erzähl ich das so. Aber so Skylines von San Francisco, Las Vegas, Shanghai, das nehme ich nicht, weil ich da nie war, genau so die linische Mauer. Gut. Ich war auch nicht beim Kapitol, aber trotzdem, ist das ein cooles Test. Äh, hier ist Architektur, vielleicht finde ich auch noch Fotos, die ich euch einblicken kann, von mir selber, das schwingst da kein Copyrightsproblem kriege, aber den ich würde ich auch so nicht bekommen. Ähm, Anleitung ist 179 Seiten lang, 279 Baustipps, also geht von der Thailand ist voll fit, will ich sagen. Ich muss sagen, da lässt sich nach bauen. Und dann, äh, hier haben wir mal ein Spiel, ist schön, das ist halt auf Lande, nochmal was da für krasse Sachen stehen. So, dann nochmal die Live-App-Werbung. Ich glaube, weil mein Bauplatz hier ein bisschen begrenzt ist, gehe ich aber auf die F. Dann kann ich das beiseite stellen, am PC anmachen und dann ganz easy angucken. Ja, ich würde sagen, ich baue mal auf. Also ich baue mal, baue Steps 1 und ich glaube, ich denke mal, da wird bei der Baseplatte nichts Spannendes passieren und, äh, melde mich dann nochmal. Da habe ich den ersten Bauchschritt beendet, wir haben mit der Bodenplatte ein bisschen Aufbau gemacht, äh, da haben wir dabei, ja. Hier sieht man von unten so, das sind ja ganz viele Teile, aber nicht so, wie wir sonst erklärt haben, dass du so viele Grundplatten hast, die ein Massives ergeben. Nicht mehr so fragil bearbeitet, aber ist jetzt auch stabil. Ist nur ein bisschen gebogen, aber, ja. Das war aber ganz clever hier. Aber das ist ja okay, wenn es ein bisschen gebogen ist, das kann man ja auch noch gegenbiegen. Will ich mich noch drum kümmern. Wir haben schon ein bisschen hier draußen so die Grundrisse für den Park, Square, Hof, Markt, Platz, Platz für den Platz gebaut. Ja, also war bisher nicht so spannend im Bau, aber war ein schön, also war jetzt nichts besonderes, aber solider Bau einfach, schön. Ein bisschen abwechslungsreicher als bei Architechertettsböden, weil hier wirklich versucht wurde, schön zu bauen, weil man musste hier frei lassen, weil nachher werden die Straßen angeklebt und so. Und hier, wenn ihr die Treppen reingelegt, hier hoch, bin ich schon mal gespannt, wie die gebaut wurden. Ich weiß es ja ungefähr, aber wenn man es dann wirklich baut, selber ist das mal was anderes. Ich finde das hier schön so abgehoben. Na ja, würde sagen, öffnen wir mal Tüten 2. Da wird es ein bisschen spannend sein, wenn ich mal. Da ist es 1, weil da ist ja eher, wenn ich die Trab am Boden hoch. Na welchen Boden fällt es 1 raus? 2, ne, ja, perfekt. 2, ne, perfekt. 3,5, passt ja. Die sind halt über Pfeil, ne? Aber packen wir mal alles, hier, hier ist der Text, dann nehme ich ja. Na gut, das war uns doch gut. dann brauchst du zwei maus gibt hier nur zwei kleine fädchen dabei in dark ten cool ist das überhaupt scharf hier irgendwie ja ich muss wirklich mal technik upgrade machen aber hier sind viele so zwei maus drin viele gefühlt ich baue leider gerade auch nicht mehr bauen deswegen ist hier drin weil ich hier nicht so viel platz der elf im hellgrau acht im dunkelgrau dann noch ein bisschen kleiner sind auch noch ein paar dabei irgendwie schenken mal rein ich packe mich weg so ich würde sagen ich gehe mal in den bau schon ein dachfliesen what the fuck aber was ein druck wollen wir nicht drüber meckern wenn es ein druck ist kann man nicht anfangen zu meckern wenn man einen druck hat so ich baue mal ein wenig falls etwas schweiz passiert im bau sonst nach dem bausteppier da habe ich auch schon bausteppnummer 2 erledigt da haben wir angefangen das umzubauen ein paar bilder wie man das genau schatten darf das bild anzubringen hier und hier an der mitte hier anzubringen und hier ich habe jetzt keine ahnung dass bilder sind die wirklich in dem museum hängen aber die platte verbaut lego gerne und da erzähle ich mir dass die nicht in dem museum steht und ich habe schon wieder es geschafft meine kamera auszunocken das ist für ein profi und hier hinten drin haben wir noch eine statue stehen ich weiß nicht was das museum ist von daher kann ich sagen nein oder ja ja wir haben hier unten ein bisschen gebaut hier die straße reingesetzt ja hier ein bisschen vorgebaut hier gab es ein paar coole sachen die gebaut wurden hauptsächlich natürlich die treppen und hier den weg runter natürlich aber kommen wir zuerst mal so einer kleinen coole sache wie kriege ich das ding jetzt vernünftig da raus ja ich glaube den kriege ich da nicht raus aber da sind die technik steine 1 2 1 drin weil die oben halt eine offene noppe haben und wir nachher da säulen bauen wollen hätten wir einen normalen 1 1 stein genommen hätte er die noppe oben nicht offen wäre eine volle noppe gewesen von daher ist der verbaut worden so ganz cool sieht man ja nicht wenn man so auf reiten die löschen jetzt längs achse kommen wir zur nächsten bautechnik über hier haben wir die straße gebaut und die wurden einfach mit dem clip hier reingesetzt und vorher gebaut hatte runtergelegt und hier oben haben wir es noch ein bisschen dazu gebaut dass man nicht mehr so sieht dass dein clip ist genauso die treppen wie kann ich noch vernünftig zeigen wie die treppen aufgebaut sind eigentlich wollte ich mich ja im aufbau melden kann auch nur profis das machen was ich gesagt habe ich zerrupfe es einfach komplett das ist so kann man auch die treppen zeigen ja die treppen sind hier so immer reingelegt und dann am ende so mit einer festen fixiert die gegend hat genau einfach so hier gestapelt packt man das da hin dann ist es fest hier haben es auch gemacht nur dann fehlt hier ein bisschen platz soll ich dass es ein länger ist aber gut hier haben wir einfach sieben gestapelt und dann wird der 8 fixiert dann fehlt das coole bautechnik aber ich wusste nicht dass das laut lego erlaubt ist und dass wir es jetzt selber bauen ist das ist anscheinend keine illegale bautechnik laut lego kann ich glaube ein paar gute lachen mit bauen und ja auch ganz okay vom bau nur ich habe da auch noch mal ein teil gesucht das ist nicht geworden aber das ist nicht zweifelweit das war eine 2x2 fliese die war aber nicht bei den anderen 2x2 fliesen sondern bei den 1x1 fliesen dabei hat mich ein bisschen zeit gekostet die zu finden ja was sonst irgendwas gibt schönes zu bauen nö aber mit schönen rundlagen muss ich mal sagen die können jetzt an aufbauen und bau step 3 ist das museum zu bauen das wird eine pain in the ass weil da alles nur einmal eins aufbaut fast noch aber packen wir mal die tüte hinaus bauern heute brauchst du nicht tüte 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 3 für tüte 3 easy gong so wie es sich gehört also hier steht schon was das wird also sehr viel kleingedöns hier nochmal eine tüte ne und hier das ist noch ungefähr was für den kleingedöns kleinsteil über kleinsteil würde ich mal kurz so sagen naja ich biege mich mal am bau und mal gucken euch nicht aus dem fenster zu sehen wie das wäre ich glaube ich habe hier mal noch eine interessante bautechnik während des baus gefunden man baut hier diese das werden so gedreht die wände vom museum die außenwände man baut die hat hier so hoch ist ja nicht so lücke frei baut man hier so mit den jetpack attachments oder was auch immer für rucksäcke was stück das dann hier wo man jetzt nicht zu dummes rein das passt halt exakt genau rein guckt das eben auch raus ja dann nimmt man sich so ein großes häuschen hat man hier ja noch so bricks das bullsteine übrig gelassen und dann hier ran und da hat man einen eingang mit dem einen flaggen davor ich hätte mich jetzt noch ausgerechnet bumm das ist nicht genial ja finde ich auch ich baue mal weiter step 3 ist beendet nachdem ich euch gezeigt habe relativ unspeckler wir haben hier nochmal was ähnliches gebaut da haben wir in zwei einzelnen reihen und dann dazwischen die plates gepackt ähm haben wir hier vorne noch die latenten gepackt ja was das haus haben wir schon gebaut hier die säulen selber gebaut war nicht so nähliche wie gedacht oder noch und auch nur wir haben hinten hier ja die jetzt sieht es schon mal ich muss noch die karton da auf der seite schieben so wir müssen es ja auch ins bild schieben die ausdeutschung ist heute aber der premium schild vor premium schild ähm einfach die sachen eingebaut cool dass man sie abnehmen kann aber was genial gebaut finde ich sieht ja da drin ähm die gemälde jetzt sieht sie quasi gar nicht jetzt da das gemälde bietet man ja und der hier hat ja genau eine ausspann auf der höhe von der gemälde also man setzt es rein deswegen man kann es nicht nach hinten durchdrücken man kann es nicht kurz durchwerfen weil es da blockiert drauf so man kann es nicht durchwerfen das ist ganz cool gebaut so hier überall hier auf beiden seiten lehnt sich schon auf das gemälde drauf da kann dann auch nichts mehr anbrennen und ich hier auf der seite auch nochmal auf das blaue gemälde drauf da bin ich mir nicht sicher ob lego da eine Aufbauanleitung scheiße gemacht hat oder nicht weil ich habe das bild anders angeordnet weil dann passt es besser äh ja ich möchte die gemälde weil das geht nochmal extra bedruckte teile extra ja das ist aber schon ein insolvenzgrund für lego und ja ist das die National Gallery von England oder ist es was anderes eigentlich das museum da drunter ahja habe ich mir nur das Dach gebaut mit so warte ich kann es mal raus bauen naja wir haben da mit Technic Bricks dann haben wir den Baurichtungsumkehrungsstein dann Technic Bricks mit einer Achse das Ding packt dann haben wir ein Play drauf dann ergibt sich der Winkelfass ein bisschen aufwändig für den Dachbau aber ok da habe ich schöne Pläte die ich abrufen kann um das besser zeigen zu können ja ja laut Bauanleitung ähm kommt das Gemälde so an die Wand muss mal gucken ob die Kamera anders scharf stellt nö ich hätte absolut keinen Bock drauf nö ich hätte absolut keinen Bock drauf das ist aber auch so das ist auch nur akzeptabel der stellt das erst scharf und dann wieder unscharf jetzt reicht es oh das nehme ich nicht ab anders andere Pläten andere Pläten naja so baut man es nicht so so du wirst doch jetzt so diese riesen Pläte scharf kriegen ähm da danke ähm man baut es so einbauen laut Bauanleitung Hochkern aber meiner Meinung nach gehört das Bild so zusammen und ist an sich ein vertikals Bild nur das Hochkern eingebaut hat Lego sich gedacht oder verschüsselt irgendwer der keine Ahnung wie man es bauen soll es gehört so zusammen vielleicht ist das Bild ja auch so von Künstlern wenn es in diesem Museum hängt was ich nicht glaube ähm ja na sagen ich gebe mich mal an Baut Step 4 und da wird jetzt das Dach verendet äh den Boden gebaut die Statue gebaut Busse, Autos und Bäume dann bringen wir mit eine Farbe rein da habe ich es fertig gebaut da hat damit schon deutlich mehr an Leben und Farbe dazu vor allem hast du mehr so Grau mit Weiß mit Grau jetzt ist das schon was her ich glaube so wenn man sie so in sich hinstellt oh manchmal kann die Straße auch mal hochklappen ist das schon ist gut ist nur das bisschen breiter die Fenster angst aber wird bei mir schon Platz finden Bautechnik war jetzt nichts für was anderes Bus ein Auto stapelt man einfach Bäumchen baut man halt mit lockeren Bäumchen da hoch hier noch schon die Kuppel drauf gesetzt das Teil kann sich also das ist sagen wir mal wortechnisch das franzte ähm das Teil kann ich gar nicht die Kamera bisher hervorgekommen ist aber es ist ein gutes Teil also kann man schon was mit anfangen und das spannendste ist dass hier halt nach dem Bau in eine noch mit noch frei gelieb ist und man es da genau da ein platziert das dürfte da spannende Bauschritt in dieser Tüte gewesen sein oder Tüte hingewiesen sein sagen aber zur genauen Anschauung von diesem Set kommen wir noch zum Review nächste Woche ich muss sagen Bautechnik das hat Spaß gemacht also es ist ein bisschen nervig manchmal also vor allem Tüte 3 und 4 sind sehr viel einmal ein Einzeige tun eigentlich auch schon ein bisschen nach weh aber Trotzdem vom Bau her ist das schön, man muss sich ein bisschen durchziehen, die kleinen Teile Aber vielleicht haben wir uns schon die Bautechnik geboten, naja, bisschen real Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, wenn ihr jetzt ein Abo und schreibt mir mal was in dem Aufbauvideos noch verbessern kann, oder ob ich sie besser einstelle